Ich empfuhl'n Hamburger Firmen aus der Seh'n. Tung mal ohne, Tung mal ohne. Marion hat sich heute nichts Geringeres als eine Legende zum Pinseln ausgesucht, die Firmas Park Peking. Der Frachtensegler gehörte seit 1911 zu den berühmten Flying P-Linern der Hamburger Reederei Leis. Jetzt wird das Schiff für etwa 40 Millionen Euro in der kleinen Peterswerft in Wewelsfleet restauriert. Schon die Überführung im schwimmenden Trocken-Dock aus New York war eine kleine Sensation. Nun wird die Peking also fit gemacht für die nächsten 100 Jahre Schifffahrtsgeschichte. Und ganz ehrlich, gibt's was Schöneres bei so einem Kaiserwetter als Schiffe gucken? Und was ist das für ein imposanter Anblick? Uns hat er im ersten Moment sprachlos gemacht. Die Peking ist ein Schwesterschiff der nicht minder berühmten Passat, die im Museumshafen von Travemünde vor Anker liegt. Die Segler wurden einst für den Südamerika-Verkehr eingesetzt. Später wurde die Peking nach England verkauft und kam schließlich nach New York. Völlig heruntergekommen wurde sie 2017 zurück nach Deutschland geholt. Die Peterswerft ist bekannt für spektakuläre Umbauten. Aber dieser Auftrag ist auch für die Profis etwas ganz Besonderes. Mit diesem historischen Hintergrund eben das Schiff von so einem Zustand, wie es hier ankam, also wirklich komplett marode und durch, wieder so herzurichten, dass es eben als Vorzeigeobjekt eines Deutschen Hafenmuseums herhalten kann, ich glaube, das ist relativ einzigartig. Norddeutsches Understatement nennt man das wohl. Sobald die Restaurierung erfolgreich abgeschlossen ist, geht die Peking auf ihre letzte Fahrt nach Hamburg. Die Stiftung Hamburg Maritim freut sich schon auf ihr Vorzeigeobjekt im neuen Hafenmuseum. Und wir auch.